Hallo und willkommen zu diesem neuen Infovideo. In der letzten Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass es leider auch viele deutsche Callcenter gibt, die illegale Werbeanrufe tätigen. Heute habe ich euch mal ein etwas anderes Thema mitgebracht. Und zwar, wie es in solchen Callcentern selbst aussehen kann. Und zwar vor allem, wie leicht man in so einem Callcenter überhaupt landen kann. Dazu habe ich euch mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar von mir selbst. Ich war gerade 19 und hatte meine Ausbildung abgeschlossen. Ich hatte allerdings nicht mehr das Interesse in dem Unternehmen und auch in diesem Berufszweig, den ich erlernt habe, mit dazu arbeiten. Und dachte mir, gut, bevor die Ausbildung zu Ende ist und die Prüfungen sind, gehe ich einfach mal zum Arbeitsamt und lasse mich dort beraten. Dort wurde mir dann vorgeschlagen, ich könnte Bürotätigkeiten ausüben. Dachte ich mir natürlich, klar, das kann man machen. Klingt erstmal ganz vielversprechend, denn im Büro muss ich mich nicht dreckig machen, ich muss nicht schwer tragen, ich muss nicht schwer heben. Ja, und vor allem sitze ich im Warmen, habe es nicht zu warm und auch nicht zu kalt. Also, perfekt. Dachte ich mir, probieren wir das auf jeden Fall einfach mal aus. Ja, und dann hatte ich mich in einem Callcenter beworben. Und dieses Callcenter war natürlich erstmal sehr begeistert über, ja, Frischfleisch. Wie man das zum Hintergrund oder im Nachhinein so beurteilen kann, haben die sich auf jeden Fall echt über einen naiven, dummen 19-Jährigen gefreut. Ja, man versprach mir gleich eine Schulung und die erfolgte dann auch, nachdem ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, die Ausbildung abgeschlossen habe, gab es dann in dem Callcenter auch gleich eine Schulung. Die Schulung ging fünf Tage lang. Übrigens zu dem Arbeitsvertrag, den man da in so einem Callcenter bekommen hat. Tja, da fängt es eigentlich schon an, menschenverachtend zu werden. Und zwar, ich meine, damals in meiner Ausbildung hatte ich 350 Euro im Monat. Nicht gerade viel, also im dritten Lehrjahr. Und da kam das Callcenter mit 700 Euro Monatsgehalt daher und das klang erstmal sehr viel in dem Alter, wenn man vorher noch nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Vor allem noch nicht selbst verdient. Naja, was ich da noch nicht einkalkuliert hatte zu dem Zeitpunkt, die Zugfahrkosten zu diesem Job. Die haben bei mir mit 200 Euro im Monat zu Buche geschlagen. Das heißt, von meinem tollen Gehalt blieben noch 500 Euro über. Dazu muss man sagen, die Callcenter, also die eben so arbeiten, stellen auf jeden Fall nicht mehr als fünf bis sechs Stunden ein. Man fängt mit fünf Stunden an. Vielleicht, wenn man sich gut fühlt, kann man auch sechs Stunden arbeiten. Tja, aber mit fünf bis sechs Stunden im Monat, beziehungsweise am Tag, und 20 Stunden bis 30 Stunden in der Woche kommt ihr niemals auf 1000 Euro, beziehungsweise 1300 mittlerweile an Mindestlohn. Und den gab es damals auch noch gar nicht. Und selbst heute wird diese Methode noch angewendet, dass man ja einfach Mindestlohn gibt und dann die Leute gar nicht voll acht Stunden arbeiten lässt. Und so hat man auch keine finanziellen Möglichkeiten in diesem Moment. Na gut, aber wir waren bei der Schulung stehen geblieben. Es gab dann also von diesem Callcenter eine Schulung. Da brachte man mir bei, wie man mit Leuten am Telefon spricht, alles ganz okay. Und es gab natürlich auch den überall bekannten Leitfaden. In diesem Callcenter war es allerdings ein bisschen anders. Das Callcenter rufte am Anfang erstmal noch keine Kunden selbst an, sondern man ging halt gleich in den Markt auf Dummfang. Und zwar gab es dann für Kunden, die Zeitschriftenabonnements bereits hatten, gab es dort dann so eine Art Werbebeilage. Die Werbebeilage war mit einer Rufnummer versehen und ein paar schönen, tollen Bildchen, was man so bekommen kann als treuer Kunde. Die treuen Kunden wählten dann auch schon die kostenlose 0800-Rufnummer, um bei uns im Callcenter anzukommen. Dabei erfuhren sie, dass es eine tolle Kaffeemaschine oder auch eine schöne elektrische Zahnbürste gibt, was wir dabei nicht verraten haben. Und ich als Callcenter-Agent auch selbst nicht wusste, dass die tolle elektrische Kaffeemaschine, das war der größte Chinamüll, fast auseinandergefallen. Und die super elektrische Zahnbürste war nichts anderes als eine Billigzahnbürste mit Batterie. Also nicht mal mit einem Ladekabel oder einer Ladestation. Es war halt eine Batterie drin. Super. Und dazu gab es dann ein Zeitschriftenabon. Angeblich natürlich vergünstigt. Allerdings hat man hier ganz raffiniert mit den Preisen rumgespielt und immer nur Gesamtensummen genannt und ganz viele Daten und Zahlen eigentlich zusammengeworfen. So, dass es halt eben erst mal ganz günstig geklungen hat. Da gab es natürlich auch Kunden, die das Ganze abgeschlossen haben. Naja, das war erst mal so ganz grob, was überhaupt passiert ist. Ich setze aber wieder weiter früher an. Ich bin aus der Schulung gekommen und betrat das erste Mal den echten großen Callcenter-Raum. In diesem Callcenter waren es zwei große Räume. So groß war es Callcenter tatsächlich gar nicht. Es umfasste ungefähr 50 Personen. In dem Raum, wo ich war, hatte ich Glück, saßen nur 20. Allerdings an großen, runden Tischen mit schönen Trennwänden dazwischen. Jeder hat seinen Monitor, Maustastatur und das war es dann auch schon. Einen festen Platz gab es damals nicht. Ja, man betrat das Callcenter, man arbeitete dort am Telefon. Was auch immer ganz wichtig ist zu wissen, wenn man in so einem Callcenter arbeitet, dann könnt ihr euch nicht aussuchen, wann der nächste Kunde im Telefon hochploppt. Ganz zu Beginn war das noch so. Man hat 14 Tage Probezeit, also Schonzeit. Welpenschutz nennt man es ja immer so gern. Ja, so lief das auch in diesen Callcentern ab. Man hatte Welpenschutz und da konnte man dann immer noch nach den Telefonaten kurz verschnaufen und dann eben wieder selbst freischalten. Das Telefon mit einem Knöpfchen am Gerät selbst oder eben auf dem Bildschirm. Diese Funktion wurde allerdings exakt automatisch, ohne mir Bescheid zu sagen, nach 14 Tagen abgeschaltet. Das heißt, ich habe aufgelegt und sofort war der nächste Kunde in der Leitung. Und da konnte ich mein Skript von vorne runterrattern. Ja, und man kann sich vorstellen, viele Kunden legen auf, man wiederholt das Skript, der nächste legt auf, man wiederholt das Skript, der nächste legt auf. Es gibt auf jeden Fall schönere Arbeit. Na ja, aber meine Eltern haben damals immer gesagt, Junge, du musst arbeiten, Arbeitslose sind faul, man ist nicht arbeitslos, jeder muss sein Geld verdienen, Arbeit macht keinen Spaß, da braucht man auch nicht jammern. Ja, ist ja auch so. Vom Prinzip. Auch wenn Arbeit Spaß machen sollte, aber bei den meisten ist es ja leider nicht so. Na ja, und das Problem hierbei ist, man ist gerade mit der Ausbildung fertig, man will natürlich sein Geld verdienen, auch wenn es in dem Punkt noch nicht viel ist. Für mich waren damals 500 Euro schon sehr viel nach der Ausbildung, war ja mehr als vorher. Nervig war der Fahrweg von jeweils eine Stunde, einmal eine Stunde hin, eine Stunde zurück und dann habe ich da noch fünf Stunden in diesem tollen Callcenter verbracht. Links und rechts saßen neben mir andere Leute, wo sich im Nachgang herausgestellt hat, dass das auch alles Leute sind, die entweder große Schulden haben und unbedingt arbeiten müssen oder schon steinalt und keiner will sie mehr auf dem Arbeitsmarkt und irgendwas müssen sie ja tun, weil, na ja, bis zur Rente ist noch eine Weile. Oder sogar viel, viel schlimmer, es arbeiteten dort auch Menschen, die schon Rente beziehen, ja, aber tatsächlich viel zu wenig zum Leben haben und irgendwie muss man das Geld aufstocken. Also da ging es tatsächlich ums Überleben. Und genau das war auch das Gefühl, was man in diesem Callcenter bekam. Denn die Zeitschriften, die ihr verkauft habt, da gab es Listen. Und zwar Listen, wie viele Zeitschriften ihr verkauft habt. Die wurden öffentlich ausgehangen. Das heißt, es gab jeden Tag, das war auch Pflicht, dass ich immer vor Antritt der Arbeit auf dieses schwarze Brett gucken musste mit den neuen ausgedruckten Statistiken. Man musste sich immer anschauen, wer hat am meisten Zeitschriften verkauft. Dadurch entsteht natürlich auch eine Art Druck in diesem Callcenter und eine Art Gerangel. Und was die absolute Totsünde war, wenn man irgendeinen Anruf reinbekommen hat von einem Kunden, wo schon mal jemand anders mit diesem Kunden gesprochen hat und der hat es sich noch mal überlegt und tatsächlich so eine blöde Zeitschrift gekauft. Wenn ihr den Auftrag dann entgegengenommen habt, es gab ja auch keine Möglichkeiten zum Durchstellen, ja dann war der Mode, wenn das rausgekommen ist. Und Datenschutz war damals auch noch kein Begriff, also nicht so wie heute. Und man konnte immer wieder in diese Kundendatensätze auch reingucken, wenn man das wollte. Man hatte so Historien, wo man alle Kunden, die man so hatte, anklicken konnte. Man konnte tatsächlich sogar sehen, welcher Mitarbeiter mit diesen Leuten gesprochen hat. Ist heute sicherlich alles ein bisschen anonymer und versteckter. Zumindest unter den Mitarbeitern. Damals war es so nicht. Naja. Und so langsam dämmerte mir das dann auch, in was für einer Firma ich eigentlich arbeite. Es geht hier nur um Abschlüsse und man muss davon möglichst viele schaffen. Wenn ihr in den 5 Stunden Arbeitszeit nicht 5 Zeitschriften mindestens verkauft habt, tja, dann musste man schon mal zum Chef. Und dann wurde gleich gefragt, ob man sich denn nicht wohlfühlt in dem Job, den man hat. Naja. Und das halt eben auch mit einer Stimmlage, dass man sich dachte, so mit frischen 19, ach du Scheiße, die wollen mich rausschmeißen, dann verdiene ich ja nichts mehr und ich wohne noch bei meinen Eltern. Wie soll ich denen das erklären? Ja. Und dann steckt man da in so einer Situation drin, in einem Abwärtsstrudel, der auch definitiv von alleine nicht besser wird. So, nun habe ich euch ja erzählt, zwei Stunden Hinfahrt zur Arbeit, fünf Stunden der Job. In den fünf Stunden hatte ich locker 60 Kunden am Telefon, wovon mehr als die Hälfte mich am Telefon gleich angebrüllt und beschimpft hat. Klar, ich meine, letztendlich, die Kunden dachten, die kriegen hier ein tolles Geschenk und sollen jetzt eine Zeitschrift kaufen. Und haben sich tatsächlich die Mühe auch noch gemacht, bei uns selbst anzurufen. Ja, ich meine, das habe ich dann natürlich selbst gemerkt, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall waren es keine illegalen Anrufe in diesem Fall, aber schon ein sehr bedenkliches Konzept. Und ich habe natürlich dann auch versucht, ganz schnell aus dieser Firma wieder rauszukommen. Ja, das stellt man sich aber einfacher vor, als es ist. In den erlernten Beruf wollte ich nicht zurück, weil keine Perspektiven und, naja, behandelt wurde ich da auch nicht ganz gut. Und man hat aus anderen oder von den Mitschülern damals in der Klasse gehört, bei den anderen läuft es nicht besser. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, wir müssen uns unbedingt was Neues suchen, aber das, was ich jetzt habe, ist keine Alternative. Und das, was ich vorher gemacht habe, ist auch keine Alternative. So, aber wenn man dann jeden Tag fünf Stunden arbeitet, eine Stunde zur Arbeit fährt, eine Stunde zurück, dann ist man zwar nur bei sieben Stunden, zwischendrin wurdet ihr aber fünf Stunden lang, fast am Stück, eigentlich nur angeschrien. Da ist man geistig schon so richtig im Arsch. Bock auf Telefonieren? Habt ihr da definitiv nicht mehr. So, und dann sind die Arbeitszeiten auch so klug gewählt, dass natürlich die Ämter immer dann geschlossen haben, wenn man dann Feierabend hat. Das Arbeitsamt war auch damals schon, naja, von den Öffnungszeiten nicht so berauschend. Also, das hat sich im Vergleich zu heute nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist zwar, dass das Gehalt gestiegen ist, naja, aber die Callcenter haben halt einfach Tricks. Dann schrauben sie die Stunden nach unten und dann kriegt er halt wieder weniger Geld. Es mag auch Callcenter geben, wo es Provisionen gibt. Weiß ich nicht, ob man die hier auch in Deutschland hat. Zumindest ist mir das so jetzt noch nicht geläufig gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann später versucht, das Arbeitsamt irgendwie zu kontaktieren. Das war dann auch nur möglich mit einer Krankschreibung, damit ich überhaupt einen Termin wahrnehmen kann. Habe ich dann auch getan. Ja, und da sagte man mir dann so, entweder du gehst jetzt in den alten Job zurück, den du gelernt hast und musst dich damit abfinden, oder wir suchen dir einen neuen Callcenter-Job raus. Was anderes bekommst du von uns nicht. Super. Das heißt, ich war wirklich auf mich allein gestellt. Und ihr wisst, es war auch damals schon so, wenn ihr selber kündigt aus irgendwelchen Gründen, weil euch der Job halt keinen Spaß macht, dann kriegt ihr eine Sperre vom Amt. So. Und ich, ohne Geld, bei den Eltern, der ausziehen wollte, was sollen wir da tun? Da gab es tatsächlich keine weiteren Alternativen und auch keine wirkliche Unterstützung dazu. Irgendwann hat halt bei mir das Glück dann da eine große Rolle gespielt. Ich habe halt auf gut Glück halt viele Bewerbungen geschrieben. Ja, aber wenn ihr da so reinschreibt, dass ihr in einem Callcenter arbeitet, tja, dann müsst ihr euch danach erst mal ganz schön hochkämpfen. Und weil so Callcenter, die dann auch noch als Outbound-Callcenter betitelt werden, also das heißt, ihr telefoniert raus. Es war in diesem Fall so nicht, aber es war ein Outbound-Callcenter, weil letztendlich war es ja nichts anderes, als ich verkaufe was. Ja, also es war hier nur clever gelöst, aber letztendlich, wenn ihr in einem Callcenter arbeitet, wo ihr was verkaufen sollt und nichts anderes tut, also kein Kundenservice, nichts Sinnvolles, tja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie leicht es ist, danach auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Ihr seid ganz unten angekommen. Und so war es dann bei mir auch. Also ich musste wirklich kämpfen, um danach vernünftige Jobs zu bekommen. Ist dann auch später alles ein bisschen anders gelaufen, hatte dann auch, wie gesagt, schon Glück. Aber so kann es halt in so einem Callcenter eben sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich konnte euch mal ein paar Einblicke zu so einem Callcenter geben. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst den Abo-Button nicht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.